Guten Tag Leute, jo kurze Pia, wer gestern im Stream dabei war, der hat gehört, wie ich am Ende darüber gegrübelt habe, was kann ich machen, damit der Kanal ein bisschen erfolgreicher wird, dass wir ein paar mehr Kumpels, Familie dazu gewinnen, die kurze Familie vergrößern und joa, ich glaube, der Vorschlag, dass ich Free2Play Spiele mal teste, jeweils eine halbe Stunde so ungefähr, das ist ganz gut. Und dazu würde ich heute dann gerne einen Stream machen, nämlich um, ich würde mal sagen, 18 Uhr bis ungefähr 20 Uhr, vielleicht auch 21 Uhr. Das ist dann der Stream für die Free2Play Spiele. Davor möchte ich bitte noch einen Stream machen, und zwar um halb vier, um 15.30 Uhr, da spielen wir wieder das Minecraft Modpack, da seid ihr auch alle herzlich zu eingeladen. Und da werden wir endlich die Widderfarm automatisieren, denn ich habe herausgefunden, wie wir das hinbekommen, ohne dass es andauernd Fails gibt. Deswegen kam kein Video, und ja, ich bin ganz glücklich drüber, und da kann ich euch auch erklären, was ich wie mache. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittag, und wir sehen uns um halb vier zum Minecraft Stream, und um sechs Uhr zu dem Free2Play Stream. Mach's gut!